Ja, ich bin sehr traurig, weil hier läuft gar nichts. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Testpiloten, heute bin ich wieder alleine unterwegs. Der YouTube-Kanal hier hat nicht mal 10 Abonnenten jetzt. Und gut, man kann jetzt darüber rumjammern, so sind wir aber nicht. Dieses Problem geben wir natürlich an und dazu schauen wir natürlich immer nach oben und zwar zu den Leuten, die es bereits geschafft haben und lernen von diesen. Ja, dann lasst das doch mal machen. So, ich wollte euch nur noch mal kurz hier zeigen, wie es denn so aussieht. Also, wir haben hier schon einen Anstieg und hier genauso bei den Impressionen auch. Klickrate ist sogar, also ich finde es sogar sehr gut. Gucken wir mal nochmal ein bisschen genauer hin. So, wir haben jetzt ungefähr 11 oder 12 Videos online und gestern am 7. April 63 Aufrufe. Die Wiedergabezeit lag da bei 3,9 Stunden. Ja, das ist jetzt nicht so der Knaller. Ja, da lässt sich bestimmt noch was rausholen. Und deswegen werden wir uns mal einen mega geilen Kurs. Zumindest hoffe ich, dass der mega geil ist. Wenn wir uns mal genauer ansehen. Und genau um diesen Kurs handelt es sich. Also, wir haben euch CashTube Masterclass Video mit YouTube Geldverdienst. Von dem Mutant Andreas von 5Fools5x. Der kostet 147 Euro. Aber ich habe euch da was mitgebracht. Ein Rabattcode. Den werde ich hier auch gleich eingeben. Das ist übrigens die E-Mail-Adresse, wo ihr uns gerne schreiben könnt. Was sollen wir testen für euch? Schreibt uns einfach an. Genau. Jetzt zeige ich euch den Gutscheincode. CTMC-70. Und dann auf Enter. Dann stimmen wir hier noch zu. Und dann kaufen wir das Ganze einmal. Den Code findest du. Den Code und die Adresse hier zu dem Bestellformular. Findest du natürlich hier unter dem Video. Genau. Und hier kann man auch schon den Rabatt sehen. 77 Euro. Und dann werde ich das jetzt hier mal schnell kaufen. Das Ganze. Nach der Bestellung sollte ich dann auch direkt eine E-Mail bekommen haben. In meinem Postfach. Ach hier. Tuten in ja. Wird hier angeboten. Dann wollen wir mal gucken, ob die E-Mail auch schon angekommen ist. Ja. Da ist auch schon, ja. Die Gisdorf 24 Bestellung erfolgreich. Dann wollen wir es gleich mal einloggen. Genau. Ich kann dort kopieren. Eingeben. Und der Benutzername ist dann direkt die E-Mail-Adresse, die ihr zuvor eingegeben habt. 2testpiloten.gmail.com Ja. Übrigens auch die Adresse, wo ihr uns gerne anschreiben könnt. Damit wir ein Produkt eurer Wahl testen können. Ihr scortet hier ganz nach unten und klickt hier unten auf Mitgliederbereich oder Mitglieder-Login. Gibt hier die E-Mail-Adresse ein. Und darunter das kopierte Passwort. Also das ist am leichtesten. Ihr könnt es mit Sicherheit danach auch nochmal ändern. Kennwort vergessen. Funktionen gibt es ja auch. Ah, jetzt sind wir im Kurs. Jetzt wird es spannend. Bereit zum Durchstarten. Hier findest du die Übersicht über alle Module. Mit einem Klick kommst du direkt zum gewünschten Lektion. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg dabei. So die Vorbereitung. Lege deine Planung und Nischenwahl fest. Kanal erstellen. Modul 2. Modul 3 ist Videoproduktion. Video Optimierung. Das ist sehr interessant. Reichweite aufbauen auch interessant. Monetarisierung natürlich. Wir wollen Geld verdienen mit YouTube. Wenigstens ein bisschen. Kennzahlen aka YouTube Analytics. Okay. Und Bonus. Gibt es auch noch oben drauf. Sehr gut. Jetzt wollen wir uns mal eins angucken. Die Vorbereitungen. Mal kurz reinschauen. So. Hier haben wir die Übersicht. Wahl von Kanal. Suchvolumenanalyse. Konkurrenzanalyse. Konkurrenzanalyse. Zielsetzung. Fokus. Und da unten haben wir auch gleich einen Button gehabt. Ich gehe nochmal runter. Weiter zu Modul 2. Direkt. sehr schön aufgebaut. Übersicht. Kanal. Trailer. Video Intro. Und hier unten findet ihr auch gleich Links und Ressourcen. Sehr gut. Also vom Aufbau her ist es bisher sehr gut. Sehr übersichtlich. Sehr strukturiert. Also. Geil. So. Ja. Ich werde mir das jetzt gleich mal alles reinziehen. Ja. Ähm. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt Bock mir den Kurs anzugucken. Wie schon gesagt. Hier unter dem Video. In der Beschreibung gibt es einen Link. Vergesst mir nicht den Rabattcode einzugeben. Und nochmal vielen Dank an Andreas. Für diesen geilen Kurs. Also ich möchte mich jetzt schon mal bedanken. Also von der Übersichtlichkeit her. Und vom Aufbau her kann ich dem Kurs 5 von 5 Sternen geben. Aber. Das ist nur eine erste Beurteilung. Die richtige Beurteilung. Kommt sobald ich den Kurs durchgearbeitet habe. Und. Auch danach gearbeitet habe. Also es wird dann wohl. Also mindestens noch ein zweites Video geben. Wenn nicht sogar. Noch ein drittes dazu. Seid gespannt. Und Leute. Abonnieren. Liken. Teilen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. in Nicolas. Ich habe durch das Spaß gemacht. Ich habe Walken für vier Wir sehr Leute gemacht. Ich habe dich vorbereitet.